Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt mit dem Christian und mir, dem Max. Große Lust an steilende Thesen, jede Menge gefährliches Halbwissen und garantiert nicht spoilerfrei reiten wir heute mal wieder los, denn es ist O-Western und da schließen wir noch die Saloontür im Hintergrund. Damit wir auch ganz für uns sind, das ist jetzt für euch nicht zu sehen, aber auch nicht zu hören. O-Western, letztes Jahr hatten wir nämlich Tödliche Irrtum, den DV-Western und dieses Jahr machen wir Western-Western und Christian wird euch jetzt erzählen, was ist O-Western und wer macht mit? Genau, mein kleiner Notizzettel. Ich will schon vorher noch den Bogen machen zu Hallo, das ist jetzt schon die zweite Ausgabe, bevor überhaupt, oder kommt aber darauf an, Dr. Killer kam noch im März, jetzt sind wir im April, aber es purzeln die Folgen etwas öfter heraus, als wir das mal so angekündigt haben und es bleibt schon dabei, jeder letzte Sonntag des Monats ist wieder auf Führungszeit, da kommt eine neue Folge garantiert. Fahre ich wieder so in zwei Jahren, wenn jetzt einem Archiv nachhören. Ihr könnt euch eigentlich bei solchen Filmpodcasts wie Second Unit, Bahnhofskino, Spätfilm und so weiter bedanken, dass die alle gerade wieder, mal abgesehen vom Bahnhofskino, mitmachen bei dieser O-Western-Nummer. Das hat einfach die Motivation ausgelöst, ja, das machen wir doch auch wieder, auch wenn das jetzt gerade gar nicht eingeplant war und schieben das jetzt irgendwie so dazwischen. Also O-Western ist tatsächlich ein Zusammenschluss von ein paar deutschen Filmpodcasts, da fehlte in der Reihenfolge, in der Aufzählung noch der Lichtspiel-Cast, hält mir auch noch ein bisschen auf die Sprünge. Und die Cinecoach als quasi Initiator, glaube ich, von denen kam dieser Supertag, das war sogar Nils, glaube ich, in dem Fall, der sein Western-Fable hat, glaube ich. Und ihr habt natürlich das Wortspiel schon längst durchschaut und ihr kennt ja auch die alte Folge schon von uns, Ostern, nein, genau, Western an Ostern, nicht Ostern an Western, wie ich es immer so schön falsch hinkriege. Ja, also im Grunde genommen ist dieses nur so mittelmäßig witzige Wortgebräu eigentlich vor allem dafür hilfreich, dass ihr unter dem Hashtag O-Western tatsächlich sehen könnt, welche anderen Podcasts eben da auch Folgen geradezu rauspusten. Manchmal entspinnen sich dazu ja auch einige interessante Twitter-Konversationen, vielleicht entspricht sich auch eine Konversation auf Facebook, aber wenn ihr wirklich sozusagen auch Lust habt, in Filmdiskussionen so mal kurz reinzuschwingen, dann macht das doch bitte bei Twitter. Und wenn ihr was ausführlicheres mitzuteilen habt, dann gibt es dafür die Kommentarspalte bei uns. In meiner Welt stirbt Facebook so langsam vor sich hin und weicht in die ultrapopuläre Gleichgültigkeit so hinweg. Also, O-Western meint deswegen, ihr habt die Gelegenheit, uns das einfach auch ein bisschen nachzutun, nutzt doch die Zeit. Die Folge kommt jetzt gerade raus zu Beginn der Osterfreizeit, wenn ihr euch auch ein bisschen langweilt und schon ganz voll gefuttert mit Schoko und gekochten Eiern rumliegt. Es ist eine gute Gelegenheit, alte Western rauszukramen. Es gibt, glaube ich, ansonsten auch keine weitere herbeibiegbare Erklärung dafür, dass nun Western an Ostern geguckt werden. Also, Western geht immer. Ja. Ja. Ich stelle dir so fest, dass, also wenn ich auf Filmdiebhaber treffe, und das sind ja oft auch die Filmpodcaster, mit denen man so zwischendurch zu tun hat, dass da schon oft eine Affinität bei den Männern zu Western ist. Das scheint so ein bisschen, also wenn man das Szenärstengehen mitbekommen hat, dann ist man relativ offen auch für Western. Das ist so meine steile These dazu, oder? Wie geht dir das? Du kannst ja nur von dir selber reden. Ja, naja, ich überlege gerade, also ich habe ja von diesen Koch-Media-Western-Legenden einige zu Hause stehen, aber habe das mittlerweile auch so, in Anführungszeichen, eingestellt, einfach weil wieder genug andere Sachen, oder es werden ja immer genug andere Sachen auch veröffentlicht und die man mal gesehen haben muss und so. Also ich bin da auf jeden Fall auch offen. Habe da jetzt auch schon zwei, drei Gurken gesehen, würde ich sagen. Ja. Weil du ja tatsächlich so vorgehst, ne, nach dem Motto, wenn die das veröffentlichen, ist das vielleicht nicht uninteressant. Mal gucken. Also es ist nicht so, dass du jetzt vorher schon die kennen würdest oder gezielt danach suchen würdest, sondern du nimmst das Angebot an, das dir da gegeben wird. Ich meine, ich bin halt wirklich groß geworden mit Sam Peckinpar-Western. Deswegen ist das auch überhaupt gar kein Zufall, dass wir jetzt einen Sam Peckinpar hier rausgewühlt haben. Was ich durchaus sympathisch finde, ist, dass wir ja in unserem Podcast bisher, wir haben uns noch einmal schon mit Sam Peckinpar beschäftigt, wenn ich das richtig erinnere, mit Straw Dogs. Und ich finde jetzt Straw Dogs und The Ballade of Cable Hoke durchaus für das, womit man vielleicht ein Peckinpar verbinden würde, ungewöhnlich. Also Straw Dogs ist eher kein Western, auf eine Art natürlich schon, aber fällt sozusagen in der Hinsicht schon ein bisschen raus aus der Filmografie. Und das wirst du gleich merken. Du wirst jetzt The Ballade of Cable Hoke zum ersten Mal sehen? Genau. Dann wird dir schnell auffallen, dass das auch ganz schön rausfällt aus der Western-Filmografie eines Sam Peckinpar. Und ich finde ja, auf eine total schöne Art, es aber super reinpasst. Also es ist für mich auf jeden Fall ein Sam Peckinpar-Film. Solltest du heute auf blutige Zeitlupen-Finale à la The Wild Bunch warten, dann wirst du bitter enttäuscht. Auch wenn der deutsche Titel das noch so versucht mit, der abgerechnet wird zum Schluss, so ein bisschen so anzulegen. Also es wird auch scharf geschossen, aber das ist hier kein Fokus. Ja gut, und der Titel für Supermarkt, ne? Supermarkt, abgerechnet wird zum Schluss, an der Kasse. Ach schön, du weißt du, wenn du so eine Kalauer bringst, bringst du mich gerade drauf, dass die deutsche Primärquelle für alles an Texten und Bildmaterial zu Sam Peckinpar ist ja Mike Siegel. Der kann auch mal so schöne Wortkalauer noch ein paar Nummern tiefer in seine Bücher reinmalen. Ich habe zum Beispiel auch noch nie seine Dokumentation gesehen. Kennst du da was in dieser Hinsicht, dass du zum Beispiel... Auszüge, glaube ich, von wenn es mal irgendwo dabei war. Aber alles auf jeden Fall noch nicht. Genau, also ich merke so, Sam Peckinpar war also auch der Filmemacher, bei dem ich viel an, sozusagen da bin ich den Special Features immer noch so richtig hinterher gerannt bei den DVDs. Es gibt eine sehr, sehr schöne BBC-Doku aus den 80ern, die Man of Iron, die wirklich sehr, sehr sehenswert ist, die jetzt vor kurzem zum ersten Mal auch in einer vollständigen Fassung erschienen ist. Da werde ich mich demnächst nochmal, glaube ich, ich habe ja so einiges in Peckinpar Filmen mehrfach schon im Regal stehen, wegen der Special Features, die dann in den Ländern unterschiedlich sind. Und diese Man of Iron-Doku hatte das Problem, dass sie jede Menge Filmausschnitte drin hatte, die sehr schön eingebaut waren, die dann aber bei der Kriterion-Fassung bei Storedogs dann alle wieder rausgeflogen sind, weil sie die Rechte nicht dafür hatten. Und das hat dann die Doku ein bisschen kaputt gemacht, so im Rhythmus und vom Gefühl. Weißt du, dann plötzlich war es dann, das ist eh eine Talking-Head-lastige Doku gewesen und plötzlich war sie fast nur noch so. Das war nicht sehr angemessen. Und jetzt gerade, deswegen erzähle ich das gerade mit den Dokus, habe ich hier eine Dokumentation gesehen, die will ich einfach nur mal empfehlen. Wir können nachher noch ein bisschen später darüber sprechen. Es ist eigentlich nur ein Interview mit Stella Stevens, der weiblichen Hauptdarstellerin, die hier eine grandiose Performance abgibt. Und das Schöne ist an dieser Doku, das ist auch so ein, also das ist jetzt einer, der macht die Doku, weil er seinen eigenen Leidenschaften nachgeht. Das würde ich ja Mike Siegel auch hoch anrechnen so. Den interessiert das persönlich so stark. Der ist da einfach all den Darstellern hinterhergelaufen und hat Dokus ohne Ende gedreht. Ihm fehlt ja einfach so ein kleines bisschen, finde ich, das Talent, dass ich richtig Lust habe, diese Dinger auch alle zu sehen. Bei dem Filmemacher, der jetzt Stella Stevens da interviewt hat, ist das so okayisch. Was schön ist, der ist hameverliebt in Stella Stevens. Und man merkt auch, wie das auch im Schnitt total, also wer sozusagen Stella Stevens so ein bisschen sympathisch findet, gucke bitte diese Doku, die auf der Warner-DVD mit drauf ist. Weil es ist eine einzige Lobhudelung gegenüber dieser Frau. Und wer das mag, kann das gerne gucken. Ich fand das, also es hat genauso viel über Stella Stevens wie über den Filmemacher erzählt. Das war mir sehr sympathisch. Vielleicht aber trotzdem für mich nochmal so, dass wir Sam Peckinpah nochmal so ein bisschen eingenordet haben. Ist der, also wo steht der so für dich? Also du kennst ja auch noch ein paar andere Filme. Na, ich hab bisher also Wild Bunch, Getaway, Straw Dogs und dann wird's glaube ich auch schon. Dann wird's glaube ich auch schon ziemlich dünn. Ja. Ich überlege gerade noch, was hab ich noch gesehen? Ich glaube. Aber da waren ja schon so drei von den ganz, ganz, also. Achso, Steiner hab ich noch gesehen, genau. Ja, auf jeden Fall ein hochgradig interessanter Regisseur, ja. Also ich weiß gar nicht, ob mehr die Sachen oder die Geschichten drumherum das nicht immer noch mehr aufbauschen. Aber die Filme an sich haben auf jeden Fall immer schon genug Diskussions- und Nachdenkpotenzial. Ja, ja, also weil alle, die du genannt hast, leben ja wirklich auch davon, dass die insgesamt kontrovers vielleicht schon auch angelegt sind, auf jeden Fall kontrovers aufgenommen worden sind. Äh, zum Beispiel, Getaway ja auch nachgesagt wird. Äh, da sehe man die, äh, besonders stark die, die frauenfeindliche Persönlichkeit von Sam Peckinpah, ne? Also, ich hab das bewusst jetzt nochmal so kurz so rausgeholt, weil ich find das wirklich schön, nach dem Film das nochmal anklingen zu lassen, wofür man so manchmal, äh, so das Gefühl hat oder Gefühl gemacht bekommt, wofür Sam Peckinpah so steht. Und ich find, das, das kann man nochmal gut hinterfragen nach dem Film. Und vielleicht ja fühlt man sich ja auch bestätigt, das ist nicht so, dass uns jetzt hier, äh, eine heile Welt erwartet. Also, dann starten wir hinein. Reiten los. Wir reiten los und, äh, mal gucken, ob es einen Sonnenuntergang für uns gibt. Ja, für Sam Peckinpah braucht's einfach, und für so einen erwachsenen Western braucht's gar keinen Sonnenuntergang, das, also, jedenfalls keinen, den man dafür noch filmen müsste. Dann gibt's gleich am Anfang, gibt's einen Sonnenunteraufgang, äh, in den einen dieser, dieser Montagesequenzen fällt mir grad so ein, da, da steht einmal unser Cable Hogue, so auf so einem Hügel. Und hat nichts zu trinken, so steigen wir ein. Ja, es ist so kurzgeschichtenmäßig, ne, einfach, äh, woher die Leute kommen, wohin sie gehen, ist unklar, fangen einfach irgendwo mitten im Nirgendwo an. War unerwartet humorvoll für mich. Mhm. Also, so ein bisschen was von dem Humor oder der Ablehnung oder des, des, des Umgangs mit Religionen, äh, wo bin ich ja durch Straw Dogs vorgewarnt. Ja. Und gefällt mir ja auch, er spricht mich ja immer sehr an, aber ich hätte tatsächlich, ja, weiß nicht, einen ernsteren Film, ich mein, weil er jetzt unernst ist, ist auch Quatsch zu sagen, das wäre jetzt eine Komödie, aber, äh, bei den anderen Pack-and-Paar-Filmen hab ich, glaub ich, nicht so viel gelacht. Ja, und der hat ja wirklich auch Klamauk-Szenen drin, ne, also, ich find das ja toll, dass es in dem Film, äh, also, so gut wie keine Zeitlupensequenz gibt, äh, aber dafür gibt's jede Menge Zeitraffer-Sequenzen. Ja, ähm, das ist mir damals auch, also, beim ersten Sehen auch wirklich so eher irritierend aufgefallen, ich hab da wirklich mir so, so ein Bild gebaut mit, der Pack-and-Paar, der ständig mit Zeitlupen gearbeitet hat, der wollte auch mal in die andere Richtung, das Filmmaterial manipulieren, ähm, das ist natürlich gerade aus heutiger Sicht, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Kindheit ist, äh, Benny-Hill-Show verseucht, äh, das heißt, Die Show nicht, aber dieses Zeitraffer und die, ja, genau, das ist halt, ja, das ist ja auch bis heute so, das ist, das ist eben ein sehr Comic-artiger Effekt, der auf jeden Fall, was immer vorher an Realität und, äh, authentischem Gefühl da war, es wird dann weggehauen und das ist ja nur das sichtbarste Zeichen für, ähm, äh, für ganz viele Momente, in denen, ja, also, da, äh, ein sehr humorvoller, also, manchmal hauen die sich ja sozusagen die, die Sätze so um die Ohren, also, das kenne ich auch tatsächlich auch von in keinem anderen, äh, Pack-and-Paar-Film, zumindestens, also, ich meine, es gibt auch so Momente in The Wild Bunch, die ich extrem komisch finde, so, aber, äh, der ist schon sehr, also, der ist natürlich auch so bluttriefend und, und tragisch, äh, das kann man nicht gut, das kann man nicht vergleichen. Aber interessant finde ich, dass der ja wirklich direkt nach The Wild Bunch gedreht worden ist. Ja, ne, das ist tatsächlich irgendwie, weil, für mich wäre das jetzt auch, also, ich habe den tatsächlich als einen der letzten Filme, vielleicht sogar als den letzten Film, den ich lange nie gesehen habe von Pack-and-Paar, da kannte ich alles mögliche schon und dann kam irgendwann, äh, 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 der Cable Hawk und das war dann so ein bisschen wie so, ah ja, das, das Spätwerk, das Alterswerk oder so, aber ist es gar nicht, also, ist mittendrin, ist zu seiner großen Hochzeit, also, und es kam noch, also, danach kamen ja noch alle anderen, auch, auch zum Beispiel einen ähnlich lyrisch gelagerten Western hier, ähm, na, ähm, ähm, Pat Garrett und Billy the Kid und, äh, Gateway und so weiter, das kam alles erst noch, ja. Ja, mich, äh, hat das ein bisschen an meine Schulzeit erinnert, an die Aula, als wir den behandelt haben, wo es dann auch darum ging, dass eigentlich die Sachen, die passieren, einem vorgeben werden und schlecht sind, aber dass man, dass dadurch auch das, äh, Glück zu einem kommen kann, denn wir haben diese Ausgangssituation, er ist von allen verlassen, ähm, aber das Glück, das sich dann daran eben, äh, findet, ist, dass er dieses Wasser findet und damit ja den amerikanischen Traum lebt, Öl, Fragezeichen, und sich was aufbaut aus dem Nichts, eine Frau findet und solche Sachen, also, ähm, ja, ich, wir haben jetzt kurz zwischen Filmen und Aufnahme oder Wiederaufnahme haben wir eben noch ein paar Minuten Pause gehabt, in der jeder noch mal viel für sich nachdenken konnte, weil noch ein paar organisatorische Sachen erledigt werden mussten und ich überlege jetzt so, wenn ich jemand anders, wenn mich jemand anders fragt, hier, sollte ich den Film gucken oder was ist denn das oder wie ist der so, weiß ich nicht, musste halt gucken, wüsste ich jetzt noch nicht, wie ich ihm das, äh, sagen soll, dass man den gucken sollte, aber warum und wie, was da genau bei mir jetzt gerade, äh, für Knöpfe gedrückt worden sind, bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Also es ist auf jeden Fall nicht, äh, dein Standard 0815 Western, auch wenn natürlich diese eine letzte, ähm, oder vorletzte Einstellung ist es ja, die letzte ist ja dieses, diese Halbtotale auf die, dieses Örtchen, äh, auch dieser Blick aus der Tür heraus und nach rechts fahren die einen, nach links die anderen weg, ist ja schon eher so ein bisschen, naja, da, das liegt vor uns, das Land, das noch gezähmt werden muss. Und es ist auch schon ein neues Land, es ist schon das Land, ne, das sozusagen, also, es geht ja auch, eine, also, äh, der kurze Moment, in dem für unsere Hauptfigur Cable Hoag nochmal ein neues Leben beginnt, ist schon aber auch das letzte Mal, dass es ein solches Leben überhaupt noch geben kann, weil die Motorisierung kommt schon, das war bei Dwight Bunch auch am Rande ein Thema, äh, also diese Welt, also das ist auch für mich so ein Blick raus in eine Welt, die sich jetzt auch weiter verändern wird und auch weiter Menschen am Rande stehen bleiben werden müssen, weil es sich weiterentwickelt und dann für manche Menschen kein Platz ist, also Cable Hoag stirbt wirklich eigentlich in dem Moment, also ich meine, ey, von was wird da überrollt, ja? Schön, schönes Bild, ja, ja, vom Auto überrollt wird. Genau, also da überrollt ihn wirklich die moderne Zeit und, ähm, äh, ich finde sozusagen das Universelle an der Geschichte ist ja auch dieses, ähm, sich nicht, äh, also sich da, wo viele oder vielleicht sogar alle sind oder die meisten, sich da nicht so wohl zu fühlen, da irgendwie das Gefühl zu haben, man, man ist nichts wert, ne? Also mit, wie, 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 ich finde es eine ganz faszinierende Szene, wenn, wenn Cable Hoag am Anfang, ähm, hat das Wasser gefunden und muss jetzt gucken, dass er das Land auch für sich, äh, beanspruchen darf und am besten auch noch ein bisschen Staatgeld und wie der in die Bank geht, erzählt ja schon, was der alles erlebt hat, wenn er auf Autoritäten trifft, also Menschen, die glauben oder durch monetäre Dinge, äh, höher gestellt sind als er, ne? Weil er fängt gleich an zu brüllen und so und, äh, geht eigentlich auch davon aus, das geht eh nicht, so, er hat das Gefühl, eigentlich müsste er reingehen und die Bank ausrauben, das ist, das ist realistischer Geld zu bekommen, so, äh, von der Bank, als dass er jetzt von denen Kredit erhält und dieser Moment auch, wo dann auch klar wird, ja, dann kommt diese übliche Frage, was sind die Sicherheiten, was kann er dann überhaupt bieten, was besitzt er denn und, ja, bin ich denn nichts wert, so? Und, äh, das ist also die Geschichte von jemandem, der dann halt einen neuen Ort findet und den dort so sein kann, wie er ist und das ist so schön, dass dort, dass auch ein Ort ist, wo auch andere einen Platz finden, die woanders nicht so reinpassen, ne? Also, insofern, ähm, habe ich auch so das Gefühl, äh, also, wenn irgendwas vielleicht so, also, ich muss ja manchmal so dran denken, dass, dass Sam Peckinpah ja quasi auch als Regisseur immer wieder auch eine Außenseiterrolle hatte, also sicherlich auch vielleicht durch Verhaltensweisen, die, ja, die ja auch nur in der, in der x-ten Variante, in der, in der x-ten Anekdote von der Anekdote irgendwie, bin mir immer nicht so sicher, was, ob das so den Menschen wirklich so richtig nahe kommt, aber, ähm, ich kann mir so deswegen auch vorstellen, dass das deswegen so ein Film war, ähm, äh, also, der, der ihm wichtig gewesen ist, einfach, also, ähm, und gleichzeitig ist das ja für mich auch immer eine tragische Geschichte, wenn Menschen sozusagen, ähm, sie, die, also merken, sie kommen da sozusagen, können sich nicht einfach so anpassen wie viele, dass sie automatisch woanders hin müssen, es gibt auch woanders für sie keinen Platz und wenn dann sich die Zeiten auch noch weiterentwickeln, also damit ja auch klar ist, diese Wasserstelle wird vielleicht auch nicht mehr so lange gebraucht werden, noch brauchen die, äh, Autos auch vielleicht ab und zu mal ein bisschen Wasser so, aber so auf Dauer wird sich das nicht mehr so tragen, er sagt an einer Stelle auch, ähm, da wird sich dann der Nächste drum kümmern müssen, ähm, ja, das wäre die Frage, ob dann, das wäre dann der zweite Teil, äh, der Nachfolger findet dort Öl, wenn er, falls er denn wiederkommt, ähm, ich muss ganz, oder was bei mir jetzt so immer klickert, ist, naja, Jason Robards, ein, ein Ort, ein bisschen außerhalb, der irgendwie nichts wert ist, aber es gibt halt Wasser, hm, das ist doch wie bei Spielmeer, das sieht vom Tod, ähm, wo ich eben auch so versuche, die, und wo ja auch der Fortschritt Einzug hält eben, die Eisenbahn, die sich nicht aufhalten lässt, auch wenn der Eisenbahn-Chef vielleicht stirbt, aber das, äh, kriegst du eben nicht aufgehalten, diesen Fortschritt und der wilde Westen ist dann nicht mehr wild, sondern gezähmt und hier ist das eben mit der Ankunft des Automobils in gewisser Hinsicht. Ja, es ist ja sehr interessant, dass viele Western, die auch heute noch, äh, bekannt sind, äh, äh, sozusagen so, so die definierenden Filme aus heutiger Sicht für dieses Genre sind, oft auch schon immer das Ende vom Western oder vom Westen, sozusagen von dem, von der Idee des wilden Westens, äh, das wird eigentlich auch immer schon, äh, gleich immer miterzählt, wie das auch dann zu Ende gegangen ist, also ganz zwangsläufig, ne, also das ist irgendwie, ähm, weil es gibt ja immer so diese bestimmte mythische Freiheits- äh, Fantasien, die da immer so drauf projiziert werden, aber dann hab ich mir das Gefühl, gucken, die meisten Menschen, also quasi, dass das eine ganze Zigarettenmarke da so ein, so eine, so ein, so ein Ding drauf aufbauen konnte, ne, also der Malboro-Man, so, da hab ich mir gedacht, so, die, die haben ja aber die Western eigentlich nie zu Ende geguckt, weil viele Western enden eigentlich auch damit, dass auch diese Zeit sehr schnell vorbei war. Also, die, so ein bisschen so, also wirklich ein bisschen so wie diese Geschichte von, von Cable Hoag, äh, in dem Moment, wo es angefangen hat, war sie ja eigentlich auch schon vorbei. Ich mein, also es sind ja ein paar Jahre, das hat, finde ich auch wieder sehr schön, dass auch, äh, die Dialoge eben über Tage, Wochen hinweg erzählt werden und schön geschnitten, das, äh, mich dann wieder an Leben und Sterben in L.A., wo mir das erstmalig mal so nahegebracht wurde, dass man einen Dialog auch über einen Raum und eine Zeit durch einen einfachen Schnitt einfach weitererzählt, ohne, dass man als Zuschauer völlig rausgeworfen wird, aber man merkt, oh, irgendwie ist das anders als sonst, aha, ja, und es macht gleich was aus, so. Und, und trotzdem so schön, äh, unaufdringlich, ja, also ich mein, in der Wild Bunch hantierte Peckinpah wirklich ja extrem innovativ und immer wieder auch grenzüberschreitend für die damalige Zeit mit Parallelmontagen, mit, 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 äh, Schnittrhythmen, die, äh, sozusagen, also, äh, quasi, also auch einem wirklich sozusagen regelrecht so um die Ohren gehauen worden sind, da war alles sehr aufdringlich und dann macht er einen Film später das Ganze, also wirklich, deswegen finde ich wirklich, dass das was wie so ein Alterswerk hat, also ich finde, ich sehe immer noch einen Peckinpah, der ein begnadetes Auge für Schnitte hat, aber er braucht das eben jetzt nicht mehr machen, also in diesem Film wäre das auch völlig fehlplatziert, so, ne, es gäbe gar keinen Grund, äh, da einen irgendwie so zu, ähm, keine Ahnung, äh, so quasi die erzählerische Hand so ins Gesicht zu, 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 zu hauen, ähm, finde, aber beeindruckt mich, gerade weil das dann schon auch, das ist dann schon nicht so oft in der Filmografie von Sam Peckinpah, also ich würde sonst in allen anderen Peckinpah-Filmen schnell was finden, wo da dann schon aufregender, äh, äh, Stückchen immer drinne sind, so, und hier hat er wirklich einmal tief Luft geholt, habe ich so das Gefühl und, und, und gibt der Geschichte einfach so den Raum und trotzdem, genau, es gibt ja zwei, drei Schnitte in dem Film, die ja, also insbesondere, äh, zum Schluss, die ja wirklich auch emotional total gut sitzen, so, aber es ist eben wirklich nur ein Schnitt, kein, ähm, am, am, am heftigsten ist es ja eben noch, wenn er Hildi trifft, äh, wo dann sich, das stimmt, das, das ist schon noch sehr verspielt, ne, ja, und ich finde das, äh, oder was ich sehr positiv finde, ähm, das ist ein Film, der auch leicht hätte scheitern können bei mir, weil, ähm, das Thema, ja, du hast nur einen Charakter und jetzt fängt er an zu reden und, äh, wie glaubwürdig ist das eben, dass der sich mit sich selbst unterhält und hier ist es äußerst glaubherum, finde ich, wenn du da ganz allein in der Wüste unterwegs bist und sowieso nichts mehr machen kannst, ähm, und, äh, sehr schön funktioniert eben auch dieses Blick in die Gedankenwelt, finde ich, oder das, was ich als Gedankenwelt wahrnehme, so wie eben Hildi da hinterher guckt und dann immer wieder der, der Ausschnitt, der Ausschnitt, der Ausschnitt, der Ausschnitt, der Ausschnitt eingeblendet wird, obwohl sie eben schon weg ist und ist ja ganz klar ein, das ist jetzt in seinem Kopf, weil er es ja nicht sehen kann und dann, es ist in deinem Kopf gewesen, es gab die Brüste nur einmal zu sehen, äh, ja, äh, und der, der Kopf in der Kiste war auch zu sehen, ähm, und dann eben vor allem am Ende, wenn er in die Kamera guckt und diese, was auch für mich wieder so sein, ah, das ist sein Traum, sein Wunsch, wenn diese Über, also das, ja, Überblendung so ist hier diese, dass dann gleichzeitig abläuft eben auch nochmal so, ah ja, so schön könnte es sein oder so schön, vielleicht war es auch so schön, ja, teilweise, äh, das ist gelingt oder das, das funktioniert bei mir bis eben zu dem, äh, augenzwinkernden Indianer auf dem Geldscheinen. Ja, das ist großartig, oder? Völlig überraschend, so, was? Äh, das, äh, trifft sehr schön, ja. Ja, wo du gerade von Überblendung sprichst, da fällt mir wirklich so ein Moment, dass auch schon, äh, läutet so den letzten Akt ein, äh, wenn da, äh, Cable sich so ein bisschen erinnert und sein Gesicht in Großaufnahme und da drüber liegen jetzt Erinnerungsbilder, also Rückblenden, aber auch Momente, die wir noch gar nicht gesehen hatten, das fand ich auch total schön. Ja, ja, ja. Also ich war mir halt nicht, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ja, war das eigentlich Rückblende vorausbildet, also gemischt so, finde ich, immer dieses leicht verklären, aber auch, ah ja, dass die Zukunft wartet noch und so, oder wovon träumt der kleine Mann? Ja. Ja, ich meine, ich weiß ja nicht, wie dir das geht, aber, äh, in dem Moment, wo, äh, Hildi dort auftaucht und so mit Tränen unter laufenden Augen, so dieses, ja, also da passe ich jetzt irgendwie nicht mehr rein und eigentlich bin ich auf der Flucht nach San Francisco, meine große, äh, Hoffnung, da wird jetzt alles besser, aber dieses, ne, ich komme jetzt gerade hier nochmal vorbei und dann ist das so wirklich, also mich wundert dann nicht, dass die da drei Wochen bleibt, obwohl sie nur eine Nacht dort bleiben wollte. Ähm, also für mich ist das, also da trifft sich wirklich kurz mal, also da stehen die Sterne einfach mal gerade wirklich perfekt, so. Da kann man mal ganz kurz so das Leben genießen, es ist voller Arbeit und, 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 und Aufwand und Bemühung, aber es ist auch gut und schön. Also ich kann mich da auf jeden Fall gut, äh, hineinfantasieren, aber ich merke, dass, äh, weil es eben eine Insel ist, ja, äh, wirkt es auch wie, oh, das, 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 das wird wohl nicht bis zum Schluss halten. Na, ich glaube vor allem, was, oder, was ich dann eben so von meinem Weltbild ist eben dieses, ja, diese Insel eben überhaupt erstmal errichten in diesem Meer aus Sand, äh, da plötzlich eben, was hier der, 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 doch, David Warner, ne? David Warner, ja. Äh, was, wenn er dann sagt hier, du hast die Oase gebaut, äh, du hast ja ein Paradies erschaffen mitten in dieser Wüste und so. Das ist ja auf jeden Fall was, wenn sie dann eben noch die ganzen Hühner und, äh, was sie da eben noch alles da ausbauen und so, also das ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie eine sehr romantisierte Vorstellung ist, aber man sich halt auch was hat, wenn du das eben, du kannst sagen, hier, das haben wir zusammen aufgebaut und so und das ist eben, und das gehört uns, das ist, das haben wir hier erschaffen und so und. Ja, und weil der Film sich wirklich diesen Luxus leistet, das, das so auszuspielen, ne? Das ist jetzt, also, das, 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 das darf dann einfach, äh, sein und wir erleben das, äh, es gibt diesen wundervollen Moment, wenn, äh, an einem Morgen, äh, Stella Stevens-Figur einfach, äh, beginnt, äh, zu singen und Jason Roberts steigt irgendwann drauf ein und dann, ja, singen Hildi und Cable so ihr, ihr, äh, ich weiß nicht, Butterfly Morning. Butterfly Morning, genau, ja. Also das ist so, also quasi auf der dramaturgischen Ebene könnte man jetzt sagen, naja, da bleibt ja die Handlung stehen, so, also das wäre für einen actionreichen Western, wäre das jetzt die, wäre das die Action-Szene, so, und für den, ja, ich weiß auch nicht, für mich ist das schon eine, eine, ich finde eigentlich, ich weiß gar nicht, ob man das als Genre nehmen kann, so, aber ich finde eine Ballade, also ich finde das sehr passend, den Titel, ja, also. Ja, ich, ich, äh, grübel auch schon wieder die ganze Zeit und als alter Germanistik-Student ärgere ich mich natürlich, dass ich das nicht mehr genau so hinbekomme. Also Ballade war immer, ähm, eine literarische Gattung, da, 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 da. Ja. Äh, aber, naja. Aber wenn ich auch so Begriffe benutze wie lyrisch oder so, dann meine ich einfach nur, dass, ähm, ich, also ich hab das, also für mich ist das die filmische Entsprechung eines Gedichtes. Da wird, da werden, also für mich bedeutet, also das ist ja jetzt auch sehr weit hergeholt, ne, also in meiner Wahrnehmung, äh, denke ich bei Gedichten an Beschreibung von Gefühlen, Empfindungen, Atmosphären, was ja nun auch wirklich nicht ausschließlich so ist, aber, ähm, ich finde sozusagen, also das meine ich, wenn ich sage, ich finde, das gehört auch so zu den lyrischen Filmen von Sam Peckinpah, ne, das finde ich dann eben auch in Pat Garrett und Billy the Kid wieder, dass dort, ähm, ja, durchaus auch vor allem durch den Einsatz von Musik Dinge, äh, länger da sein dürfen, als sie jetzt von der Dramaturgie notwendig wären, im Sinne von, was muss ich wissen, damit der nächste Plotpoint kommen kann, so. Also es gibt ja, also es, ich meine, wirklich, also wenn man ihn anguckt, die Struktur ist ja wirklich auch, es gibt ja sogar auch noch sozusagen die, die tickende Uhr im Hintergrund, ne, also die, äh, beiden Typen, die ihm am Anfang in der, in der Wüste allein lassen, zurücklassen und eigentlich auch seinen Tod in Kauf nehmen, ähm, dass die irgendwann nochmal wieder auftauchen könnten, äh, das ist ja auch für ihn immer wieder ein Thema, auch durchaus auch ein Thema, wo er aktiv gerne auch sich Rache wünscht, das ist so, äh, das ist alles da und trotzdem darf man das auf so eine schöne Art manchmal richtig lange vergessen, so. Ja, ist so, ne, die, die, was haben die so für Ziele im Leben, eben Hildi, ja, nach San Francisco und da eben den reichen Mann heiraten und einfach, oder ein sorgenfreies Leben führen und für Cable Ho geben auch so, ja, ich hab's überlebt, also muss es Rache geben, Punkt, ne, und, aber, ja, da kommt irgendwie so das Leben dazwischen, ähm, ja, das ist schon. Ja, und schön mit, was von einer, es wirkt ganz logisch, dass sie natürlich auch wiederkommt, so, so wie sie, am Anfang kann Hildi das noch nicht wissen, dass sie mit Cable nicht auf den nächsten blöden, äh, äh, Typen geraten, an den nächsten Typen geraten ist, der, der sie ums Geld prellt, so, weil, ne, sondern, ne, der kommt wirklich wieder so und so wird auch Hildi eines Tages wiederkommen und so kommt auch immer wieder, äh, der Joshua, der falsche Priester, immer wieder da, also, die Leute, die quasi durchaus auch mit, ähm, ja quasi, wie soll man sagen, also, ähm, das sind ja alles Menschen, die ja so eher so am Rande der Gesellschaft sind, also der, der lügende Priester, die Prostituierte, äh, das sind ja alles so Leute, die jetzt ja nicht, ist quasi sich so gesellschaftlich, äh, anpassen und brav sind so, obwohl die ja, die braven, ahnen wir ja auch schon, sind ja auch nie so brav, wie sie immer, sie strengen sich nur so an, dass es immer so aussieht und die, die Außenseiter werden damit eher so zu, fast schon zu schillernden Helden, die einfach das leben, wie, wie sie, wie, wie gut sie es können, so und sie sind untereinander total ehrlich und verlässlich, also, ich meine, bei diesem Joshua weiß man am Anfang auch nicht so genau, wie man den einzuordnen hat, aber wird eine Weile lang ein sehr wichtiger Partner und der taucht auch immer wieder an den richtigen Stellen auf. Ich glaube auch so dieses, äh, ne, wenn du sagst, den Prostituierte und, äh, der falsche Priester, also das Thema Religion, wenn sie dann da eben, äh, die ganzen Sachen nach Cable wirft und dann kommt eben die Menge an und, ach, du böse Frau, was machst du für einen Job und dann geht sie total selbstbewusst rein und wackelt nochmal schön so, ist auch ja, wie, wie, ja, wie völlig absurd das ja sowieso ist, wenn sie dann sagt, sie geht nach San Francisco und da wird sie eben groß und reich sozusagen und, äh, da interessiert das keinen sozusagen oder dreht man dann in der vorgehaltenen Hand, aber das, und der Oberknaller ist natürlich, wenn der echte Priester dann sagt, son of a bitch, mit dem das Zelt in sich zusammengefallen ist. Auch das ja allein schon, ne, da ich das alles, alles feste Häuser oder eben Holzhäuser und dann ist die Kirche, die hat ein Zelt, die hat keine festen Wurzeln sozusagen da an diesem Ort. Ja, und es ist toll, wie Hildi denn da mit wackelndem Arsch, äh, davon geht, weil die hat, der hat ein intuitives Verständnis davon, dass die Leute sie nur deswegen so böse angucken, weil sie sie dafür verachten, dass sie das lebt, was die anderen sich nicht wagen, obwohl sie es auch in sich haben. Natürlich ist das toll, sich auszuleben und was für eine Macht für eine Frau in dieser Zeit sozusagen eigenständig seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, zu bestimmen, wann ein Mann darf und wann er nicht darf, so, das ist, also, ne, ich will jetzt jetzt auch nicht, äh, sozusagen irgendwie besonders, genau, ne, die Prostitution in ein besonders romansches Licht stellen, aber ich will auch nicht den Teil weglassen, was dazu gehört, wo sich, äh, eine Frau sozusagen für so einen Weg entscheidet. Wir könnten bestimmt jetzt auch noch über viel, über eine Zeit oder, ist ja auch in der Gegenwart nicht anders, über Umstände sprechen, warum Frauen regelrecht gezwungen sind dazu, das so zu tun, also das ist dann natürlich nochmal eine andere Ebene. Aber die Hildi, die wir kennenlernen, ist auf jeden Fall eine selbstbewusste Frau, die das selbst in die Hand nimmt und, äh, die auf jeden Fall die Anfeindung der Bevölkerung so nicht verdient hat. Du hattest ja bei der Einführung so kurz gesagt hier, äh, Thema Frauenfeindlichkeit. Ja. Wie, wie, oder hast du die in diesem Film gesehen? Ja, ich seh die ja nie, ich seh die ja auch nicht in The Getaway, ich seh die auch nicht, wenn, äh, also, wenn Steve McQueen, äh, Ellie McWhorter möbelt, dann denke ich nicht, oh, Sam Peckinpah ist ein Frauenfeind oder sowas. Also, das sind ja auch eher Dinge, die ich, also, das, 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 das höre ich in eher mal so in, in Gesprächen unter, unter Filmnasen so, weißt du, das ist, glaube ich, gar nichts, also. Also, ich, ich kann mir vorstellen, dass eben, ne, wenn, wenn Cable Hoke da reinkommt und Hildi das erste Mal sieht und dann eben, ja, wir haben ständig das Close-Up und nochmal reingeschnitten in den Ausschnitt und nochmal und nochmal, dass da irgendwer auf die Idee kommt, na, das ist ja aber ganz schön, die Frau wird hier zum Objekt degradiert und ich denke mir halt, äh, ja, aber es ist ja die Perspektive von Cable, der halt gerade wochenlang nichts hatte, durch die Wüste geeiert ist, drei Tropfen Wasser gefunden hat und jetzt sieht er nach Jahren eine Frau. Ja. Und das ist für mich nicht frauenfeindlich oder herabsetzend, also, es, sie wird zu einem Objekt, aber wie gesagt, aus seiner Sicht, weil er eben die Schönheit auf Erden auf einmal wieder erblickt, nachdem er eben, äh, über Sand, im Sand gelebt hat und, äh, gar nicht mehr weiß, dass es so eine Herrlichkeit überhaupt gibt. Also, das, ja, falls es diesen Vorwurf gibt, dass diese Szene vornimmt. Also, die Kurzbeschreibung der Szene ist, äh, mittelloser, äh, Überlebenskünstler trifft auf, äh, Prostituierte und er haut mal ein paar von seinen, äh, frischer, äh, äh, erhaltenen Dollars auf den Tisch. Ich meine, zu dem Zeitpunkt wissen wir auch noch nicht. Nee, ich meine, wenn er das erste Mal in die Stadt kommt, also, dabei wissen wir auch noch nicht, dass sie das ist. Das fangen wir dann am Ende dieser Szene an zu ahnen, wenn da der Mann mit ihr reingeht. Ja, ja, okay. Aber zu dem Zeitpunkt ist es einfach nur, da kommt eine Frau aus dem Haus, die verdammt, äh, hübsch aussieht. Genau. Und der sagt sich, okay, ja, boin. Und die geht weiter mit, ich nehme meinen Hut ab und ich kann noch nicht mal lesen. Kannst du mir mal bitte mal zeigen, wo hier eigentlich was ist? Und, äh, wenn ich die schon da habe, da auch noch. Und die Szene später empfinde ich halt als, also, äh, für das, was sie ist, äh, also eine wahnsinnig würdevolle und wirklich von, von ganz erwachsener Erotik geprägte Szene, ne? Also, wenn sie den erstmal, den stinkenden Typen erstmal wieder waschen muss und, äh, es da schon so anfängt zu, zu kribbeln und sie ihn dann so einbezieht, so, jetzt kannst du nämlich ja hier erstmal ausmühlen. Das ist so ein, also, ich bin da wirklich sehr, also, also, ich, ich sehe, also, ich sehe darin einfach einen, also, da sehe ich sozusagen einen Mannblick auf Augenhöhe in die Gesichter von Frauen so. Und dass er dabei zwischendurch auch mal auf die, auf die äußeren Geschlechtsmerkwale schaut, Und das muss man ja auch dazu sagen, es wird ja nicht einfach plump eben die Geschlechtszeile reingepfügt, die sehen wir ja gar nicht. Das Beste, was, in Anführungs-, in großen Anführungszeichen jetzt, das Beste, was wir sehen, ist ein blanker Rücken. Alles andere ist immer verdeckt oder, äh, wie ich es nicht angedeutet, also, wir sehen keine Nippel, kein sonst was. Also, ich habe einen blanken Hintern gesehen und ich habe unter dem, äh, Wasserbewegung auch kurz einen Nippel wahrgenommen. Aber, aber, aber im Grunde, ne, also, wir erinnern uns wieder an unseren, äh, Horrorsex im Nachtexpress. Ja. Da wird das auch gestellt und hier ist das eben, äh, nicht so. Und ich finde diese, den, das, diesen Verlauf des Zins dann auch urkomisch, wenn dann eben, äh, er sie endlich küsst und dann kommen die Worte des Herren durch das Fenster und natürlich ist so erst, ah ja, jetzt kommt halt diese Parallelmontage, Junge, sei nicht, Sündige nicht so ungefähr, ne, aber nee, nee. Nee, wenn er die Worte des Herren hört, fällt ihm ein, ach ja, ich habe ja da diesen Partner, in Anführungszeichen, der noch auf meinem Wasserloch sitzt, wenn der mich jetzt veralbert, also nicht die Religion ernst zu nehmen, sondern, oh Mann, ich muss wieder an meine Geschäfte denken und dann auch dieses Blick nach unten, äh, lost it. Das war's jetzt, okay, ich muss dann los. Also, also, wie das eben aufgelöst wird, die quasi Erwartungshaltung, ne, der böse Sex und die gute Kirche und dann, nee, nee, es geht eigentlich darum, dass dieser eine Priester, der sich als Priester ausgibt, vielleicht, äh, vielleicht hat der ja auch nochmal andere Gedanken und, äh, das kann er jetzt auch nicht sein. Sam Peckinpah umarmt die Ambivalenzen des menschlichen Daseins und, äh, viel von dieser, äh, Unterstellung der Frauenfeindlichkeit, äh, bei Sam Peckinpah kommt ja letztlich auch daher aus dieser, äh, äh, skandalisierten Berichterstattung über Stwar Dogs, ne, also, äh, was hat damals die Leute aufgeregt an diesem Film oder was hat sozusagen medial ein großes Echo hervorgerufen, äh, nämlich, dass dort eine Vergewaltigung, äh, so, so unscharf und unklar, also in dem, wie sind da wie Empfindungen, wer ist hier Täter, Opfer, ne, dass das so, dass das so uneindeutig ist. Das ist, finde ich, eine schmerzhaft ehrliche Art und Weise, äh, das zu zeigen. Da darf man ja sicher gerne auch nochmal drüber unterhalten, äh, 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 ob sozusagen der Kontext dafür der angemessene ist, aber, ähm, jetzt grundsätzlich, äh, ehrlich zu sein und zwar so sehr, dass es weh tut, dass das dann den, äh, denen, die ehrlich sind, zum Vorwurf gemacht wird. Das passiert immer wieder, aber das finde ich auf jeden Fall immer wieder auch wahnsinnig bescheuert und ich bin total dankbar. Es ist eher so, dass ich Schwierigkeiten habe mit den unehrlichen Filmen, also die sozusagen, ja, also zum Beispiel, wenn ein Horrorsex im Nachtsexpress, äh, ist, ja, da könnte man nochmal gucken, wie ehrlich ist der eigentlich, also im Sinne von auch mit seinem Anliegen. Vielleicht ist er ja sogar auch ehrlicher als manch anderer verklemmter und dabei total radikaler Film, ne? Also, ja, okay, aber wir können gerne, äh, uns auf, äh, andere ehrliche Momente dieses Films auch beziehen. Ja. Ne, warum ich das mit dem amerikanischen Traum mal so erwähnt hatte, war eben, wenn dann, spätestens wenn die Flagge kommt, war eben so dieses, ja, das ist eben aus nichts, äh, hier, das ist das Land, du hast gekauft, jetzt mach was draus und er hat sich sein eigenes, seine Welt dort geschaffen und wäre ja auch ein Schlusspunkt gewesen und sagen, ne, wir hissen jetzt die Flagge und alles ist gut und vielleicht gerade, wir hissen die Flagge und in dem Moment kommt Hildi vorbei und alle lächeln nochmal schön und die Ende. Aber so ist es ja nicht, es wird ja eben noch weitererzählt und das ist ja eigentlich noch, äh, die viel größere Kunst, ne? Dieses, diesen Aufbau oder wie eben Liebesfilme damit enden, dass die beiden sich kriegen und dann ist der Sonnenuntergang und wir wissen nicht, wie die Hochzeit oder wie die Ehe dann verläuft, weil das nicht mehr interessant ist zu erzählen in den meisten Fällen. Äh, aber hier wird das eben gnadenlos auserzählt bis zum Ende. Da wird kein Stopp vorher gemacht und, äh, muss ich auch sagen, hat mich dann auch tatsächlich härter getroffen, als ich dachte, wenn dann die Grabrede erfolgt, ja. Also, was du eben sagtest, dieser eine Schnitt zur echten, zum echten Beglebnis war so, oh ja, hm, doch. Das zählt schon, äh, an den Gefühlen. Also, ja, also ich, das muss, es bleibt für mich zum Beispiel auch, ja, wobei doch, ich wollte gerade sagen, das mag möglicherweise der bewegendste Film für mich sein von Peck and Paar. Äh, Pat Garrett und Billy the Kid schafft das auch. Also, der hat allerdings da dann in der Mitte, gibt's einen Moment, äh, der, äh, übrigens mit Slim Pickens, dann stirbt nämlich Slim Pickens blutend am Fluss. Ähm, ist der Slim Pickens, hast du den wiedererkannt oder weißt du überhaupt, von wem ich rede? Äh, das ist der, wo ich im allerersten Bild, glaub ich, gedacht hab, hä, ist der Lee Van Cleef auf einmal auf der Couch? Ach so. Weil er auch so diesen Bart hat und den relativ spitz, aber das, äh, bei der zweiten, dritten Szene war dann völlig klar, nein, das kann auf keinen Fall den Lee Van Cleef sein. Ich hab bei den, äh, Vorspannen, beim Vorspann-Titel, hab ich so ein paar Namen, hab ich so gedacht, ach, ich glaub, der war auch bei Wild Bunch und, ja, David Warner, sowieso, das ist klar und, äh. Also es ist wirklich die, also ich, nahezu vollständig die Sam Peckinpah-Familie, äh, im Sinne von, äh, 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 besonders, äh, geliebten, äh, Darstellern ist eigentlich fast vollständig da. Auch finde ich sehr schön die Idee, das ist ja in Sam Peckinpahs, äh, Wild Bunch gab's ja schon diese zwei Figuren, die da auch in der Anfangsszene so nach der großen Schießerei gleich anfangen, da so rumzuwildern, den Leuten noch die Wertgegenstände abnehmen und, äh, diese beiden sind ja auch die beiden, äh, Wichte da, die am Anfang Jason Wobberts in der Wüste allein lassen. Ähm, also die spielen eigentlich wirklich nochmal, das ist eigentlich nochmal die gleiche Konstellation, so, ne? Das finde ich eigentlich ganz schön, dass das so mit rübernimmt. Ähm, ja, Slim Pickens, ich mein, ich finde, für mich ist er ja so der Ur-Texaner, das kommt unter anderem durch Dr. Strange Love, er ist ja der Typ, der dann am Ende auf der Atombombe reitet, ähm, und, äh, das, der, der auch immer wieder in den, äh, Peckinpah-Filmen auftaucht und deswegen für mich auch genau der richtige ist, um dann die amerikanische Flagge an Cable zu übergeben, ähm, und dann, äh, tauchen da zum Beispiel, ähm, da komme ich mit den Namen gerade nicht zurande, aber auch der Typ, der, äh, am Anfang, die, 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 also der, der Chef der Stage-Line, der nicht glaubt, dass da überhaupt Wasser ist, ne, und dann später selber versucht, danach zu graben, ähm, äh, äh, der ist, genau, spielt auch in diversen Peckinpah-Filmen mit, äh, also ich, ich würde jetzt so aus dem Stand auch überhaupt einen Russ Ballard als, als Mann hinter der Kamera, es klingt auch irgendwie so nach, den hast du schon mal irgendwo anders gehört, ja, und wahrscheinlich bei Peckinpah. Äh, was, Lucien Ballard, oder wie? Oh, ja, ja, ich, ich würde mal so ein paar Namen durcheinander hier, äh, ich glaube, es ist Lucien Ballard, ja. Und natürlich steht hier nicht, äh, Symmatography drauf. Jeder darf sich, glaube ich, mal drauf verlassen. Nein, auf jeden Fall, auch Jerry Fielding hat, äh, hier die Musik komponiert und auch zu The Wild. Goldsmith. Ach, nicht Fielding, achso. Ah, nee, dann ist es auch ein anderer Jerry, Jerry Goldsmith hat nicht die Musik zu The Wild manchmal. Jerry Goldsmith ist ja Alien, ne? Ach, das ist ja interessant. Ja, nee, ich dachte, das wäre Jerry Fielding, ja. Und war nicht bei Gataway erst ein Fielding-Score und den hat er dann anderen genommen, oder? Das ist interessant. Also genau, um das mal richtig zu stellen, weil ich würde auch gerne ein bisschen mit dir über die Musik noch sprechen, äh, weil hier liegt auch nicht umsonst noch eine, eine Soundtrack-CD davon rum. Ähm, genau, okay, dann Jerry Goldsmith, ähm, das ist gut, das ist wirklich gut, weil ich hätte jetzt wirklich den, ich meine, Jerry Goldsmith hat Alien mit Sicherheit bin ich mir, das stimmt ja auch definitiv. Und noch einige andere Größe. Und einige andere Sachen sind mir offensichtlich nicht so klar, deswegen gehe ich mal lieber nicht so sehr auf die, äh, anderen Werke von Jerry Goldsmith ein. Also in unserer, in unserer Welt hat der und der den Film gemacht. Ähm. Ähm. Lucien Ballett, dann war wahrscheinlich Russ der Typ, der die Songs geschrieben hat und deswegen habe ich die vertödelt. Guck mal, ob da irgendwas... Ja, das ist, das ist, ja, Jaien, also die, die, also die ganz großen Songs, die du da hörst, sind auf jeden Fall von Richard Gillis. Richard Gillis. Und, ähm... Irgendjemand muss bei diesem Film Russ heißen. Ja, ja. Genau. Kommen wir wieder zu einem anderen Thema. Ne, wir bleiben mal bei der Musik. Also, äh, Jerry Goldsmith ist, äh, sozusagen der Komponist des Scores und dann gibt's da eben auch noch den, den Sänger und, äh, äh, Musikschreiberling, ähm, Richard Gillis, so. Und das, also der hat zum Beispiel, äh, bei mir extrem große Resonanz erzeugt nach dem Film, weil ich, also wirklich, dachte, was ist denn das erstmal dieses, ähm, äh, also die zwei großen Lieder, die da von ihm drin auftauchen, also haben mich wirklich richtig sofort gepackt. Und weil ich das auch irgendwie besonders fand, dass der so eine, äh, so eine, so eine intensive Stimme hat, da gibt's auch irische Wurzeln und, also da kommt viel zusammen. Ähm, es ist aber so, dass, das hätte der Höhepunkt seiner Karriere sein können, dieser, dieser, äh, dieser Soundtrack bei, äh, Cable Hoag. Cable Hoag ist aber ziemlich gefloppt und damit hat sich leider auch die Karriere von Richard Gillis, äh, ganz schön verlaufen. Ähm, ich, vorab, ich jedenfalls sehr gefreut, äh, über diese, die, die Musik einsetze und finde das zum Beispiel auch, also, äh, in der Ausführlichkeit, äh, eigentlich auch bemerkenswert. Also, ich, dass das sozusagen auch Filme schon immer gemacht haben, irgendwie eine Montagesequenz zu nehmen oder darüber läuft ein Song, okay. Aber ich meine jetzt zum Beispiel so im Moment, wenn, äh, kurz mal, äh, die Figur von dem falschen Priester, wenn, wenn Joshua mal kurz ein bisschen Zeit bekommt, ne, und sozusagen sich, äh, ähm, Cable mit, ähm, Hildi vergnügt, dann geht, äh, Joshua so allein die Straßen entlang und darüber läuft dann einfach das, ein Lied die ganze Zeit. Also, das fand ich schon, das fand ich schon bemerkenswert. Ich finde, das sind, also, weil das ja auch wieder so ein Moment ist, der sich also einfach viel Zeit nimmt und getragen von dem Lied funktioniert das sehr gut. Das heißt, ich darf ganz viel beobachten, wie er da Blickkontakt zu einer Frau, die da gerade offenbar ein sehr dramatisches Telegramm bekommen hat, äh, und, genau, und dann entspinnt sich das weiter. Und dann eben auch die nächste Ebene, dass diese Songs eben nicht nur als, äh, extra dieägetische Songs sind, sondern dass dann die Darsteller selbst auch anfangen, diese Lieder zu singen, ja, und dann da wieder aufgreifen und so. Und dann kurz so, äh, okay, ja, warum sollen die nicht auch mal eine Lieder kriegen? Was machst du sonst den ganzen Tag da, ne? Wir haben noch nicht, da ist noch nicht so die ganze Technikkram, der uns umgibt hier und ständig irgendwo Lärm und Dings, da macht man sich selbst, da singt man eben noch. Ja. Und weil das ja alles, das sind ja ganz markante, äh, Filmemacher, vor allem Regisseurentscheidung, dass sowas so ist, ähm, das macht den Film auch nochmal was wirklich sehr Besonderem in, in Pack & Pass Oeuvre, weil, wo sind denn da die anderen Filme, nicht? Äh, die, also, ich meine, lustigerweise, immer wenn ich das sage, wenn ich Musik oder Humor nur auf diesen Film beziehen will, dann funktioniert's immer nicht, weil ich dann immer an der Wildbahn stecke und ich finde, der hat das, der auch all das drinne hat, da wird auch gemeinsam gesungen, äh, und, äh, nun sind das alles immer diese, diese, diese Herren-Männer-Runden-Momente, ne, die, äh, sozusagen Alkohol und, 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 äh, Testosteron geschwängert, vielleicht nicht den Anschein eines Musicals haben, wie es wirklich einige Szenen in Cable Hawk durchaus tun. Das ist dann wirklich ein Moment, äh, ja, die Handlung darf kurz stehenbleiben und wir, wir singen mal, was wir fühlen. Ja, also es war auf jeden Fall auch für mich sehr unerwartet. Ich hab mir noch hier ganz kurz eben notiert, äh, Tiere, das Thema Tiere, weil mir ja auch wieder eingefallen ist, ja klar, weil Wildbahn schon am Anfang war das mit dem Skorpion, wo die Kinder mit dem Skorpion spielen und was ja dann auch wieder von, äh, Lohn der Angst war. Auf jeden Fall, dass wir hier eben auch wieder anfangen mit so einem, äh, halbgiftigen, äh, Eidechse und die dann auch, äh, ja, die stirbt ja eigentlich den, den Tod von allen da, ne, die wird völlig zerfetzt. Da hab ich mir mal den Spaß gemacht und das mal Bild für Bild mir angeschaut, weil ich mir nicht sicher war, ob, weil Perkin Bar hat ja schon in, äh, Pat Gabbard, äh, auch echten Hühnern die Köpfe weggeschossen in Zeitlupe. Da war, konnte ich nicht ganz ausschließen, dass er auch dieses Tier live vor der Kamera erschossen hat. Ähm, es ist ein bisschen unklar, wenn man sich das Bild für Bild anguckt, sieht man, dass es dort ein zusammengetackertes Tierchen gibt, das dann in die Luft gesprengt wird. Also, äh, es ist anzunehmen, dass das durchaus mal ein echtes Tier war, aber die Szene, in der es sozusagen vom, vom Leben in den Tod gerissen wird, die ist nicht zu sehen. Ja, das war wahrscheinlich die fünfte Wiederholung der Szene. Ja, ja, es ist wirklich nicht, du kennst Pat Gabbard ja auch nicht, ne? Weil es ist wirklich eine verstörende Szene, wenn da diese Lebende wirklich, die gucken dich gerade noch so an und dann, fump, und man denkt so, Moment. Ja, so, dann haben wir noch die Klapperschlangen, den Hasen, die Hühner, Pferde logischerweise und vor allem, was mich immer so ein bisschen, hä, hab ich den Namen jetzt falsch verstanden? Ne, wir sind zwischen den beiden Städtchen Dead Dog, Toter Hund und Lizard, also Eidechse. Also auch das irgendwie, äh, schon eine Beschreibung, ich meine, Dead Dog, ja, also das heißt ja schon hier, das ist ein totes Ding, also, ja, Toter, wenn, wenn, wenn sich der Ort Toter Hund nennt, dann weißt du, da ist nicht viel, da hat auch die Kirche nur ein Zelt. Ja, das ist toll, ne? Also das, das ist so zwischen, ja, wie heißt das hier, zwischen, äh, Between a Rock and a Hard Place, das ist ja, glaube ich, ne, der Spruch im Englischen, äh, ist ja da sozusagen an dieser Strecke und, ja, dieses Schlussbild, um auch da nochmal aufzugreifen, wir sehen halt, die Kutsche fährt nach rechts, die, das Auto nach links, also auch da eben dieses, äh, die Wege trennen sich hier oder, die, die fahren nicht in die gleiche Richtung, kann man natürlich jetzt, äh, sagen, naja, die haben halt andere Ziele, aber man kann dann eben auch wieder so, fünfte, sechste Ebene, naja, die sind halt, äh, fahren eben auch allegorisch oder metaphorisch in andere Richtungen, die, die Zeit, die eine verabschiedet sich, die andere, die kriegt jetzt ihre große Zeit. Ja, und manchmal schwingt auch rein, dass die auch alle aus sehr unterschiedlichen Richtungen überhaupt dahergekommen sind, also dieser, dieser Moment, äh, zwischen dem Priester und Cable mit, äh, Advance oder Advance, ne, also da ist so ein, da wird so kurz so ein bisschen mittransportiert, ähm, da darf man sich ja nochmal kurz bewusst machen, da sind ja lauter Menschen geflüchtet aus ihrer Heimat, weil sie dachten, hier ist jetzt das bessere Leben und nicht wenige landen ja, sind ja ja quasi wirklich von, 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 was auch immer sie es von zu Hause weggetrieben hat, was immer das für Umstände waren und landen dann in der Wüste, im Nichts, also wirklich zwischen Dead Dog und Lizard und, äh, also, äh, genau, es brauchte dann sozusagen fast schon eben die göttliche Fügung, um da mal, äh, Wasser zu finden. Man hat ja auch das Gefühl, äh, hier Cable Hawk und die anderen beiden, also was immer die vorher so gemacht haben, ich glaub, auf dem Cover hab ich irgendwie gelesen, so Goldsuchende, erfolglose Goldsuchende, es ist ja auch immer alles, warst ja auch immer schneller in der Kriminalität, äh, also, hat einfach versucht zu überleben, so, aber was das für ein Gefühl sein muss, dass du quasi da hingekommen bist nach Amerika, weil, äh, du da dein Glück suchen wolltest, weil du auch vermutet hast, da lief's so rum, also ein Neuanfang von, um dann, um dann nur festzustellen, dass da noch weniger ist als nichts. Wobei Cable Hawk ihn dann ja sozusagen tatsächlich noch findet, ne, diese, diese Chance, diese Möglichkeit. Wobei eben natürlich dann, das bleibt ja eben, ist ja eben schön, diese, diese ganzen Leerstellen, äh, dass wir eben nicht wissen, was, was war denn sein eigentlicher Antrieb, haben die eben eigentlich Gold gesucht, oder, ähm, also er sagt ja irgendwie, glaub ich, noch, als die beiden dann wegziehen hier, ja, ihr könnt doch nicht mal goldenen Sand und, und, äh, Eidechsen-Scheiße unterscheiden, wenn man, wenn man die euch zeigen würde und so, aber, ähm, also. Aber das erklärt vielleicht ein bisschen besser, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich ist das für den Moment ganz schön irritierend, wenn Cable Hawk, nachdem er da von diesem Auto überfahren worden ist, äh, sieht er ja trotzdem noch ganz gut beieinander aus und dann transportieren sie ihn da auf dem großen Bett nach draußen und, äh, er ist so, er hat scheinbar schon so ganz freundlich mit allem abgeschlossen und ich denke so, hey, warum so schnell auf einmal? mal, aber es ist wirklich der Moment von, ey, es wird nicht besser, es ist eher ziemlich wahrscheinlich, dass es ab jetzt wieder schlechter wird und er will einfach in diesen, in diesem guten Moment dann gehen, ja. Also ich hab in dem Moment auch gedacht so, ja, ist das jetzt wirklich oder, naja, er hat halt Schmerzen, aber irgendwie geht's noch und was soll ich denn zeigen, äh, einen Arzt werden sie da draußen nicht haben und, oh ja, hier offener Bruch oder so, ist ja auch Quatsch, aber, ja, du bist halt überfahren worden und zack, dann hast du halt nichts da. Und also dann ist es total schön, dass Cable Hawk nicht nur diesen Moment von, ja, dann ist das so, sondern auch noch den hat, ich würde übrigens auch ganz gerne meine Grabrede hören, während ich lebe. Damit ich weiß, was du da so erzählst. Ja, das hat auch was von, also ich finde, das ist eine Idee, über die man mal ernsthaft nachdenken soll, da muss man mal einen guten Weg finden und kannst du auch den Leuten nicht einfach überstülpen, aber wer mal so diesen Impuls hätte, sollte das auch erfüllt bekommen, weil es ist schon wirklich auch ein bisschen schade, weil, äh, also für so einen Menschen, also weil der Priester da auch noch so meint, jetzt ist hier die Zeit zum tiefen Reflektieren und so, nee, verfickt nochmal, wenn dem sein Leben zu Ende geht, ist das die Zeit, wo ihr mal reflektieren dürft und ihr dürft ihn gerne auch noch dran teilhaben lassen, weil der packt gerade die Sachen für die Ewigkeit, äh, guckt doch nochmal, ob ihr dem nochmal sozusagen ganz klassisch die Ehre erweisen könnt, also das macht den, das macht ja diesen Moment tatsächlich ja auch so, 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 so gut und auch ein bisschen vergnüglich, ja und dann wird er natürlich sehr melancholisch, wenn wir uns mit einem Schnitt später schon auf der tatsächlichen Beerdigung befinden. Aber großartig erzählt, finde ich auch toll, toll konstruiert, ich bin mir gar nicht sicher, ob das Ganze auf einem Roman basiert hat. Aber hier steht einfach nur Screenplay bei, also Written by und keine, mich mit großer Vorlage. Genau, hat Peckinpah eigentlich mitgeschrieben in dem Ding? Also nicht gecredited, nur Produktion und Regie. Aber auch da auch wieder, ne, dann sind wir bei diesem echten Begräbnis und wie dann die Leute alle schon während der Ansprache weggehen und selbst der Priester geht ja auch schon weg, während er das noch weiter erzählt und so und nicht mal dafür ist dann nichts oder das geht eben weiter. Ja, es ist wirklich eine rastlose, also es ist, genau, es ist dann wirklich eigentlich, eigentlich ist das nur ein Ort zum Verweilen für so Menschen wie Kabel und die sterben tatsächlich geradeaus, die sind auch, die sind ja auch wirklich nicht gefragt in der Zeit. Also würde mich tatsächlich eben auch interessieren, so, ja was macht der Priester denn jetzt so weiter, der macht ja seine Frauengeschichten weiter und wenn das mal nicht mehr geht, was macht er dann und der eine, an dem er Rache geschworen hatte, kommt er wirklich morgen wieder und schläft nur heute in der Stadt oder sucht er halt irgendwie anders Anschluss oder jemanden, den er hat, der ihn führt sozusagen, weil er wirkte nicht wie der hinterletzte Lump, aber er wirkte schon so wie, mach ich das jetzt, aber kann mir nicht jemand sagen, was ich mache, dann mach ich das auch und so. Wenn da die motorisierten Dinge auftauchen, dann sind wir doch um die Jahrhundertwende, ne? Also hier hinten steht drauf 1908, aber plus, minus ein paar Jahre jeweils. Stell dir mal vor, dass all diese Leute, wenn wahrscheinlich alle irgendwann auch ganz froh gewesen seien, als dann auch endlich mal Krieg war. Also es gibt ja tatsächlich manchmal auch so diese Phasen, in denen die Menschen so wirklich gerade so gucken mussten und Orientierung suchend und so ein Krieg ist ja im Nachhinein natürlich immer ganz verheerend, aber vorher wirkt er ja manchmal wie eine Chance, gerade beim Ersten Weltkrieg war das ja durchaus so, ne? So dieses klare. Ja, das ist krass, wenn ich das jetzt gerade so überlege, ja, da leben die gerade so hier, dass sie irgendwie gerade mal die Hütte und finden Wasser und dann fünf Jahre später ist Krieg in Europa. Ja, klasse. So ist es noch nicht betrachtet. Ja, wäre auch nochmal interessant zu gucken, wie es jetzt wirklich also den einzelnen Menschen dort auf dem Lande gegangen ist. Könntest du uns ungefähr eine Richtung der Bundesstaaten zuordnen, wo wir da sind? Sind wir so? Ja, er hat irgendwas gesagt in Nevada. Also David Warner sagt ja, und da wir zwischen, oder da sie zwischen San Francisco und New Orleans umherpendelt, müsstest du irgendwo da mittlerer Südwesten, so irgendwo da ganz grob. Keine Ahnung, mit haben die da aus den Ersten Weltkrieg komplett verpennt? Ich, keine Ahnung. Ne, aber so genau, diese Orientierung, wo sind wir eigentlich so ungefähr? Wenn Frisco so ein Leuchtturm ist, wo es die hinzieht, muss ja da irgendwie so eher im Südteil der Staaten. Ja, ich möchte auch mal gerne die Geschichte erzählt, dass Sam Packetpaas Familienstammbaum ja auch sehr schnell so hineinreicht in die Welt der Entdecker und Pioniere und ihm das sozusagen auch nahegelegen hat, dem Ganzen so ein Porträt zu geben. Also auch ein Stück weit ein Denkmal. Also ich finde ja auch, dass der Film ist ja wirklich von mir durchaus nachvollziehbaren Patriotismus so durch, na nicht durchtränkt vielleicht, aber er hat diese Akzente so. Also auf jeden Fall ein Stolz auf so eine Generation der Leute, die sich dort auf dem Land durchgeschlagen haben und ja damit die Basis für die künftige Gesellschaft gelegt haben. Und ja, ich meine, weil wir noch gar nicht gesprochen haben, Cable Hook ist ja natürlich auch moralisch sozusagen, darf da ja sozusagen, ist er ja, also eigentlich ist er ja wirklich an der Stelle der Held so, ne, weil er zwar mit all seinen Schwächen und schlechten Dingen und natürlich auch immerhin, glaube ich, tötet er auch zwei Menschen im Lauf der Filmzeit. Ja, am Anfang der Erste, der Wasser trinken möchte, der wird auch gleich erschossen. Und zum Schluss einen der beiden Typen, dass der aber trotzdem ja in seinem Handeln, in seinem selbstlosen Handeln, in seinem respektvollen Umgang, in seiner, also zu seinem Wort stehen, also so bestimmte, gibt ja bestimmte Ideale, die der verkörpert und die er auch sehr schmerzhaft quasi durchhält. Ja, also bis zum Schluss, ja. Also es ist natürlich ein toller Moment, wenn der sozusagen sein, also im Wissen, okay, ich werde das jetzt hier aufgeben und ich gebe das meinem Feind. So, ne, also das ist so eine, das wirkt total nachvollziehbar, stellt man überhaupt nicht in Frage, dass, ja, so würde Cable Hook das machen. Also es gibt so ein paar Momente, wo man so denkt, so, ja, kann man, da darf man sich gerne ein Beispiel dran nehmen. Also insofern hat das, hat der Film, glaube ich, auch was von, von einer Huldigung, an einem bestimmten Typ Mensch. Na, ich behaupte jetzt einfach mal, das ist eben so die Zeit des Westerns oder eben vielleicht auch durch den Italo-Western beeinflusst, wo du nicht mehr den strahlenden Helden hast, sondern wo das eben eher schon Menschen sind, die eben ihre guten und schlechten Seiten haben oder aus, die jedermanns Sicht dann eben bessere oder schlechtere Eigenschaften haben und ist eben, so ist das eben, die sind nicht alle, wir müssen jetzt das Gute tun, sondern ich mache jetzt dieses, mache jenes. Naja, aber genau, weil die Verhältnisse so beschissen sind, sind dann die kleinen Dinge oft von großer Bedeutung. Also es macht dann halt einen Riesenunterschied, ob ich gnadenlos die beiden Typen niedermetzel oder ob ich schon gucke, also ich finde Cable Hook guckt eigentlich immer auf seinen Seelen halt. Also es wird ihm ja am Anfang als schwächer ausgelegt, dass er die nicht umgenietet hat so, aber ich finde es toll, dass das also auch im abgerechnet wird zum Schlussfinale eben nicht dazu kommen muss, dass er dieses Ideal verrät, überhaupt nicht. Was dann wirklich also äußerste Not wäre. Ich habe hier noch als anderen Mini-Stichpunkt Kinder hingeschrieben, weil einmal wird er ja dann, wenn er abblitzt bei der Stagecoach, bei der Kutschenfirma sozusagen, kommen ihm die ganzen Kinder hinterher, weil sie gesehen haben, er wurde rausgekickt, ja das müssen wir uns angucken, dann haben wir Spaß und dann ist noch einmal so ein Moment, wenn dann Hildi wieder, Hildi kommt zu ihm, zu Cable Springs und dann kommt einmal so dieser Schnitt und dann habe ich jetzt gesagt, hä, haben die jetzt, oh, jetzt haben sie ein Kind, das ist doch schön so ungefähr, aber nee, das sind natürlich auch nur Durchreisende und möglicherweise Pack-and-Pass eigener Sohn oder so laut Abspann, zumindest würde es namentstechnisch passen mit Pack-and-Pass, wo ich es auch überlegt habe, ja, ist das für die beiden, wäre das eigentlich die Zukunft für die beiden, kriegen die Kinder, keine Ahnung, aber das ist eben auch, ja, und das ist eben die nächste Generation und die kommt dann auch irgendwie, hat ja auch nähere Erfahrungen. Ich finde ja, dass Kinder ja auch wirklich, also wenn man darauf achtet, tauchen die wirklich in allen Pack-and-Pass-Filmen immer auf und also auch, also The Getaway gibt es zum Beispiel auch sehr prägnante Schießerei-Szenen, in denen immer wieder die Kinder zwischengeschnitten werden, die das zufällig mit angucken. Das ist ganz kurze Fragmente, aber wenn man da mit so einem Blick drauf achtet, fällt das sehr auf, also weil sozusagen auf den Schuss und den Treffer als nächstes ein Kind zu zeigen, also das sitzt so und ich habe mich schon immer gefragt, was da wohl alles so für Pack-and-Pass drinsteckt, also es passt immer in die Momente hinein, es ist also im urbanen Raum bei The Getaway oder hier in dem Film sozusagen sind die Kinder ja, also sind einfach Teil des Straßenbildes so und nehmen natürlich auch Sachen wahr, also es ist ja auch gerade so, dass sie ja besonders auffällig dann sind, genau, wenn er rausgeschmissen wird von dem Stage-Line-Typen und dann ist ja dieses Nachlaufen, habe ich so gedacht, naja, das sind Kinder, die sind, also das ist eine Zeit, in der Kinder, die waren halt einfach so da, also ab dem Moment, wo sie arbeitsfähig waren, waren sie komplett schon in dieser Erwachsenenwelt drin, aber bis dahin und diese Kinder, die da rumlaufen bei Cable Hoax sind alle noch so jung, dass sie noch nicht, noch nicht das Feld bestellen können sozusagen, die laufen dann halt einfach quasi, das ist einfach freie Zeit, also niemand, also es gibt auch keine Kinderbetreuung oder irgend sowas und das Schöne ist aber, dass ja Kinder in genau der Zeit ja besonders viel lernen in der Interaktion mit sich selbst und in der Beobachtung der Erwachsenen und nach so einem Cable Hoax, den läuft man schon mal nach und drückt sich dann die Nase platt an der Fensterscheibe und guckt, was der da so macht, also ich finde das irgendwie, ich finde das gut beobachtet, weil das, wenn man möchte, darf man ja, also spätestens glaube ich so aus der, sagen Vater- oder Mutter-Perspektive kann man ja auch nachfühlen, naja, das ist ja die nächste Generation, die uns beim Leben zuguckt und irgendwann dann weiterlebt, wenn wir nicht mehr da sind, so und im Grunde genommen ist das ja die, ja, das ist die nächste Zivilgesellschaft, die schon mal geschaut hat, wie der Hase so läuft, weil später kommt ja dann auch noch, da in der Zeit ja auch schon, hast du ja auch mal dieses Ding, dass dann Schule dir was beibringt und dann auch mal so getan wird, das ist so die reine Lehre und dann guckst du mal draußen und siehst dass aber die Erwachsenen sich alle wieder anders verhalten und daraus machst du dir dann ja irgendwie so deinen Reim und so, ich habe das gerade so ausführerzählt, weil ich habe die Vermutung, dass das was damit zu tun hat, dass Peckenpaar in diese oft auch gewalttätigen, Momente zwischen Erwachsenen deswegen auch immer wieder diesen Kinderblick reinbezieht, so mit dem Hinweis da drauf, wir tun uns das nicht nur gegenseitig an, sondern auch immer der nächsten Generation. Das ist auch, ja, bei der Essensszene dann, ja, wenn eben dieser kleine Matthew da noch sitzen bleibt und, oh, ich esse einfach heute, ist mir doch egal, was die anderen da hier ist. Stimmt, gut, gut, das muss man mal an. Ich denke, die Äste zu sagen, oh, das schmeckt lecker, können wir noch mehr haben und dann, ja, was ist denn hier, äh, äh, na, Klapperschlange oder dieses Ding und dann, äh, äh, auf einmal ist alles ganz schlecht, aber bis dahin hat es ja so toll geschmeckt, es ist, es ist fast schon wie bei einem sehr gut überlegten Theaterstück, es ist einfach ein sehr schlau gewählter Handlungsort, an dem man ja wirklich die ganze Gesellschaft einmal vorbeikarren kann, also wer immer da mal so vorbeikommt, die kriegen ja immer wieder, äh, äh, Familien und Einzelpersönlichkeiten mit, die da zufällig zu Besuch sind. Sowieso immer, ne, diese Gruppen, die sich da so völlig erst auf die eine Art und Weise geben und dann fällt aber schnell diese Maske sozusagen runter hier, wenn er die Kutsche endlich sieht nach, nach zehn Tagen, äh, irrens durch die Wüste und dann, oh ja, komm mit an Bord, der Kutsche, wir sind hier, der Herr hat gegeben und dann, oh, das ist ja mal schlechte Sprache, fahren sie sofort weiter und so was, ne, und dann eben die, die beim Essen sind und dann, oh Gott, das ist alles eklig, äh, wieso haben wir das nur gegessen? Gerade haben sie noch gesagt, es schmeckt so toll und möchten mehr haben. Ja, oder die, wenn dann hier ganz zum Schluss der eine noch, äh, oh Gott, er will mich umbringen, er will mich umbringen und die fahren im Auto vorbei, ahaha, wie lustig. Achso, jo, ist ja, ist ja keine Verantwortung irgendwie, jemanden zu retten oder sowas. Ja, oder was da noch ganz früh am Anfang zwischen den, äh, äh, Kutschfahrern, äh, und, äh, Cable Hulk passiert, auch nur mit Blicken, wie die kommentieren, äh, dass, dass, dass so zwischen stocksteif und heuchlerischen Verhalten, äh, äh, wir lassen immer ein bisschen Gepäck hier. Ja, ja, genau, wirklich, also, also, da könnte man wirklich eine beliebige Szene nehmen und dann feststellen, dass da drin die ganze Zeit ein Gesellschaftsporträt drin steckt. Also, wirklich, also, ich glaube, dass das übrigens etwas ist, was dem Film, also, ich habe richtig immer bei dem Film so, frühestens so nach 50 Minuten komme ich mal auf die Idee zu realisieren, wie lang läuft der Film schon so. Er hat da wirklich einen guten Fluss drin, ohne das über, äh, besonders dramatische, äh, Wendungen oder dergleichen zu machen, ja, das ist, also, ich glaube, das liegt daran, dass einfach so viel, äh, also, wer, wer sozusagen die Antennen dafür auf, äh, Empfang geschaltet hat, kann da ganz viel mitnehmen. Ich finde, es sind auch so viele schöne Details, dass die, den Film immer auch ausmachen, wie die eingetretene Tür oder dass die Tür eingetreten wird. Ja. Äh, wenn, wenn Hildi da, jetzt geh mal das Geld her, hier, so geht's ja nicht. Ja, oder manchmal so, so beiläufig denkt man, dass erst, das Auto, das wir sehen, was immer das für ein Pussywagon, das Anfang, Anfang des 20. Jahrhunderts ist, so, ne, aber, äh, äh, äh. Ne, das erste Auto sehen wir ja sogar schon in der Bank, weil da habe ich noch gedacht, ach, diese Kalender an der Wand gab es damals schon und da ist ein Auto aufgemalt, also so quasi der Vorbote, die Bank, das Moderne. Ja, natürlich, ja. Und, äh, und, äh, das andere Detail vor allem ist natürlich noch, ja, die Teller, die sind angeschraubt, das macht es mir leichter, die abzuwaschen. Also dieses, äh, irgendwie auch als, als Diebstahlschutz sozusagen, aber eben dann, ja, komm, ich mach schnell sauber und stell die Dinger da hin. Also das sind so diese, diese kleinen Sachen, die es immer so ausbaut. Genau, und manchmal auch die Lust daran, auch mal ein Klischee zu brechen, also, äh, nur weil, äh, der Cable Hulk davon ausgeht, dass alle Banker diese, diese herzlosen, äh, äh, Unmenschen sind, äh, ist ja der Banker wirklich köstlich, weil der, wie der sich amüsiert und, und gerne miterlebt, was mit diesen 100 Dollar so alles passiert, so, was das alles in Bewegung versetzt. Er hat sich wahrscheinlich schon gleich am Anfang gedacht, als das Zelt da, der, 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 der Gläubigen zusammengekratzt ist, gut investiert. Mal gucken, was da noch kommt. Ja, oder wenn, wenn die Schilder geschrieben werden und das S ist immer schön falsch rum geschrieben und solche Dinge bei Cable, ja, und da bin ich mir jetzt auch nervös, hat er Water falsch buchstabiert, hat er Water gesagt, aber das weiß ich nicht mehr, weil er, weil er, weil er ist ja, doch, darauf wird ja auch immer Wert gelegt, was das für ein Name und, äh, dann buchstabiert er den immer wieder und er kann nicht lesen. Also, dass da auch irgendwie, weiß nicht, könnte man jetzt auch wieder sagen, ne, ist vielleicht so das Thema Bildung, wie das so verbreitet ist oder auch nicht und was. Ja, definitiv. Was macht ein Name aus dir und ein Kabel, was ist Kabel für ein Name? Der hat schon längst gelernt, dass das, also, dass mangelnde Bildung und mangelnder Reichtum auf jeden Fall total herunterdegradieren. Also, deswegen macht er sich auch die Bekloppte Suche nach dem Gold. Wie bescheuert ist denn das, ne, oder nach dem Wasser oder so. Das ist ja nur, äh, sozusagen, äh, die, die Mittellosigkeit, die auch so zementiert ist. Also, weil er ja nicht lesen kann, kann er dann sich auch nicht weiterbilden und wird auch, gibt auch keine Einladung offensichtlich dazu. Ich meine, klar, wenn das eben die Orte zwischen Lizard und Dogtown sind, äh, 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 Dead Dog, meine ich, dann, dann ist da ja quasi auch, also, da sind die Leute ja genug mit sich selbst beschäftigt und haben jetzt nicht noch eine Idee dazu, was sie mit dem vermeintlichen Landstreicher, der da jetzt gerade vorbeikommt, auch noch machen sollen, ne? Also, wirklich eine ziemlich bittere Ellenbogengesellschaft, äh, die wir so, ja, immer so ähnlich ja letztlich auch beibehalten haben. Aber da fällt das natürlich sehr auf. Ähm. Wie funktioniert denn für dich eigentlich David Warner? Also, gerade die, die, die Trost und, äh, wir, wir nehmen dir jetzt diesen, diesen, äh, äh, ja, den Trost, wir spenden dir jetzt Trost und nehmen dir die Trauer ab, äh, Szene. Na, ich finde, sie funktioniert zum Beispiel deswegen, also, sie funktioniert für mich auch auf der Ebene, dass sie zu 50 Prozent ernst gemeint ist von David Warner. Also, äh, zur Hälfte ist der sich ganz sicher, und das stimmt ja auch, äh, ist da, ist da gerade was hilfreich in der Zuwendung? Und die andere Hälfte ist egoistische, äh, Lust, diese Frau zu vernaschen. Das ist gar keine Frage. Und die über, gewinnt auf jeden Fall an Überhand. Äh, äh, ich glaube ihm aber auch, wenn er später sagt, dass er sich in die verliebt hat, ne, dass das bei ihm reingehauen hat, also, oder gut, dann sagt er ja auch, dass das ja dann, kann er auch schnell, denn die Nächste macht dann das Gleiche. Ich meine, also, ich sag mal so, das, da kommt bei mir der Klamauk einmal zu heftig durch, äh, wenn er dann anfängt, ähm, als er sich verleckt hat, ja, bei Hildi anzugrabbeln, ist das zwar sehr komisch, aber ein bisschen, da kann ich, also, da beginne ich dann die Figur kurz nicht zu verstehen. Also, da hätte es mir auch, glaube ich, gereicht, wenn er eben einmal so die Hand ausschreckt und sie klatscht ihm da einen, und das, das hätte auch genügt, glaube ich, in dem Fall, dann geht es ja immer noch mal weiter. Und das, das macht keinen Sinn, weil er so unglaublich respektvoll gegenüber, ähm, Cable ist, also, das ist wirklich nicht nachvollziehbar für mich. Das, ich, es fühlt sich richtig an, wie die Konten der Versuchung nicht widerstehen, und, also, ganz ehrlich, alles, was Stella Stevens spielen darf in dieser Richtung, ist ja auch wirklich großartig. Also, kennst du die eigentlich? Nicht bewusst, ne? Ne, ja, ne, also, man, da ist schon durchaus eine Menge Filmografie so am Start, aber da fehlen, glaube ich, einfach andere Filme noch, die sie so, äh, groß haben strahlen lassen, wie ich finde, wie das hier in Cable Hawk passiert. Also, wirklich, das liegt ja auch daran, dass Peggy Parr bereitet eher wirklich auch eine Bühne, wirklich, also, für mich meine, meine absolute Lieblingsszene ist die, wenn, ähm, Cable Hawk macht sich nochmal so richtig schön fertig, ist eigentlich, genau, sozusagen der erste Abend, der hat das ganze Schlafzimmer schön aufgeräumt, und, äh, jetzt ist er gerade dabei, sich so die Haare mit Wasser zurückzukämmen, steht vorm Spiegel, und wir reden schon, die reden beide schon die ganze Zeit miteinander, aber sie ist die ganze Zeit immer nur, um off zu hören, äh, das heißt, während wir dann beschäftigt waren, zu gucken, wie sich Cable hübsch macht, wissen wir noch nicht, was uns erwartet, wenn da die Tür aufgeht. Na, so halb, also, wir haben noch den blanken Rücken gesehen, wie sich das Ding einmal überwirft, aber wir haben noch nicht... Ja, aber es gibt quasi den Moment, wenn untergegangene Sonne, äh, blaue Stunde und, äh, äh, Öllampenlicht von der Seite, da kommt ja wirklich eine engelsgleiche Erscheinung, tritt da plötzlich in den Türrahmen. Und wird dann auch schön metamäßig kommentiert mit, that's a picture. Ja. You've seen it before. Hm. Ja, wirklich, ich finde dann, also, da kommt ganz kurz alles herrlich zusammen. Also, da ist ja wirklich die volle Pulle, also, äh, Kameraarbeit, äh, die, äh, das authentische Spiel zwischen den beiden, äh, ganz, ganz, ganz feine Streicher von, ähm, Jerry Goldsmith und, ja, einem, einem wirklich, einem, einem gewitzten Drehbuch mit, mit, mit ganz viel Herz, so. Gibt es für dich so einen Moment, wo du so sagen kannst, ach ja, das, das hat einfach, das, der war schön oder der war gut, treffend? Ja. Einen, den wir noch nicht besprochen haben. Wollte ich gerade sagen, ne, also, äh, kommen da sehr gut mit bei den Filmen, das hätte ich, also, wie gesagt, ähm, war für mich natürlich auch so dieses, okay, Peckinpah, ich hab irgendwie gehört, der ist ein bisschen anders, aber Peckinpah ist ja jetzt auch nicht so, der, äh, der, äh, der, der den 0815-Western liefert, sowieso nicht. Also hatte schon irgendwie sowas eher, also Ballade sagt sie eigentlich schon, äh, dass das irgendwie in eine bisschen andere Richtung geht, und, äh, ja, ne, war, ja, ja, eine Entdeckung für mich. Ja, wirst du denn noch in andere Western-Filme reinstoßen, wirst du die Zeit nutzen? Ja, ich weiß auch nicht, warum mir da ausgerechnet Stoßen jetzt gekommen ist, ähm, aber genau, du hast jetzt auch noch ein bisschen, ja, meint alle ein bisschen Oster, ist, ist die Osterzeit eine Zeit, in der du Filme guckst eigentlich? Also ist das, nimmst du das als Freizeit wahr, oder ist die gar nicht da, weil du ja eigentlich auch arbeitest? Genau, hängt wahrscheinlich eben auch mit, ob und wie ich arbeiten muss, und dieses Jahr hab ich zum Glück einigermaßen frei, aber werden dann wahrscheinlich Filme gucken, und da wird dann, werde ich dann wahrscheinlich auch mit Kali nochmal ein paar Podcasts machen, die dann hier auch irgendwie mal veröffentlicht werden, das ist dann neu, denn dann bist du erstmalig nicht dabei, ich glaub, sonst bist du bei allen Folgen immer dabei. Ja, das wird auch noch interessant, wenn's denn an die Veröffentlichung geht, ich bin gespannt. Also macht euch sozusagen, äh, drauf gefasst, dass hier, also die, die Zeit, die freie Zeit, die wir uns organisiert haben, durch, äh, einmal im Monat senden, füllen wir offenbar durch immer wieder andere Formen von Senden. Oh. Und, ähm, ja. Unsere Messe, die wir da. Ja, also deswegen, jetzt wär wirklich, äh, eine gute Idee, glaub ich, aus meiner Sicht, äh, mal noch bei den anderen Podcasts zu schauen, was die zum O-Western so treiben, also auf jeden Fall, wir wissen's ganz sicher, dass Cine Couch, Second You, und Lichtspielcast am Start sind. Ich glaub, Enough Talk wollte auch dabei sein. Ja. Wissen wir was von Spätfilmen? Sind die auch dabei? Ich meine eher. Ja, ja, stimmt, ich hab ja, oh ja, ich weiß sogar auch, welchen Film sie genommen haben. Ich finde die nämlich auch sowas Neueres, was nicht so ganz reiner, lupenreinig ist. Nee, ja, 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 da darf man dann diskutieren. Die werden Kill Bill 2 besprechen, das ist gar kein Geheimnis. Haben wir auch so. Und, äh, da hört auch auf jeden Fall rein und gerne auch durch und freut euch auf jeden Fall schon auf, äh, den letzten Sonntag in diesem April, denn es wird dann ja wirklich die reguläre Folge auch noch geben. Wir haben sie tatsächlich schon längst aufgenommen. Ähm, freut euch auf, äh, The Godfather Part 2. 200 Minuten haben wir uns in knapp 60 Minuten vorgenommen. Wir können das. Ja, das war's von uns zum O-Western, äh, ja, bleibt mir nur noch, der guckt Filme, habt Spaß dabei, Satz, oder genießt Ostern, wie auch immer, äh, hört Podcasts. Ja, Hashtag O-Western und auf Wiederhören. Ciao, ciao.